Es gibt etwas Probleme mit dem Wind, wir werden sehen, ob die Jungs damit klarkommen, weil der Wind einfach direkt von der Seite bläst, aber ich denke, das sollte schon klappen. Die Jungs werden sich jetzt einfach einbauen und werden dann auf alle Fälle die Tricks immer mehr steigern. Schaolin! Die Jungs haben einen Helm auf, die Motoren sind aus, ihr müsst die Jungs schon ein bisschen anfeuern, damit da was geht. Superman Streetcrap, Indian Air. 1.5 von Gallo. 1.5 von Gallo. 2.5 von Gallo. 1.5 von Gallo. 2.5 von Gallo. 2.1 von Gallo. 3.9 von Gallo. 3.1 von Gallo. All-School-Superman von FedEx. 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 All-School-Superman von FedEx.